Ja, servus, grüßen, hallo, hier ist euer Krypto-Denis mit dem neuesten Bitcoin-Update. Heute ist der 25. Texte 2021 und wie ihr schon mitgebekommen habt, heute geht es nur um Bitcoin. Da möchte ich gerne über eine neue Trade-Möglichkeit mit euch sprechen. Des Weiteren haben mich viele Zuschriften erreicht, beziehungsweise Nachrichten erreicht. Wie ich das genau meine, dass es womöglich im großen Barish Butterfly im Weekly, ja, das zeige ich auch gleich nochmal, was ich da meine mit einem V-Test beim Punkt D. Da habe ich heute das perfekte Beispiel von euch, wie sowas aussehen könnte, ja. Wenn euch das alles interessiert, bleibt bitte dran. Bis zum nächsten Mal. So, bevor wir zu der neuen Trade-Möglichkeit kommen, möchte ich gerne über den alten Trade erstmal sprechen, ja. Und zwar wurde er jetzt hier 0 auf 0 ausgestoppt, ja. Und zwar gab es zwei Einstiegsmöglichkeiten. Einmal, das habe ich auch schon im Telekom angesprochen, einmal hier unten sind viele mit mir eingestiegen. Das waren etwa 15%. Und dann sind viele auch hier bei dieser möglichen ISKS, beziehungsweise hier dieser Nibuane Wedge eingestiegen und haben hier ein Maximum von etwa 7% rausholen können. Erstmal Glückwunsch an die Leute, die, die das mitgemacht haben, das Ganze. Wie immer, saugeil. Wir rocken auch den Laden bei Seitwärtsphasen oder bei Korrekturen. Überhaupt kein Problem, ja. Und wenn ihr den Kanal oder beziehungsweise mich unterstützen wollt, dann lasst bitte ein Like da, ja. Teilt es mit Freunden, Bekannten. Abonniert den Kanal, wenn ihr so nicht abonniert habt und aktiviert die Glocke, sodass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Des Weiteren sind hier meine zwei Telegram-Kanäle. Ja, einmal der Crypto Talk zum Austeichnen, einmal die Telegram-Gruppe Content Only, wo ich je nach Support eurerseits, ja, Content mehr oder weniger Content biete. Und hier auf diesen zwei Börsen im Trader ist, ja. Wenn ihr euch darüber anmeldet, unterstützt ihr natürlich mich und den Kanal. Und die Registrierung dauert keine drei Sekunden. So, kommen wir zurück. So, das heißt, das hier ist alles hinfällig. Wir haben unsere Gewinne gemacht, sind natürlich mit dem Rest hier ausgestoppt worden. Ja, ich sagte, dass ich hier in den Bereich Profite genommen habe. Ich hoffe, ihr auch. Ihr dürft nie gierig werden, ja, das sage ich immer wieder. So, was sehe ich noch? Ich gehe mal jetzt in den größeren Zelleinheiten. Dann zeige ich euch, was hier womöglich auch noch kommen könnte. Hier in Vias seht ihr ja einen Kanal, ja. Ihr seht, dass er respektiert wird. Hier natürlich oben unten haben wir zwei Touchpointe. Auch in der Mitte wird er sehr respektiert, das Ganze. Das heißt, es könnte wirklich ein Kanal sein. Und da wir jetzt erst da unten waren, ist natürlich die Chance hoch, hoch, wenn wir diese rote Linie brechen, das mit dann weiter nach vorne brechen, ja. Und ich sagte auch, solange wir hier unter der grünen Box sind, ist für mich immer noch nichts verloren, ja. Deswegen werde ich, wenn hier diese Linie gebrochen wird im 4-Stunden-Timeframe, ja. Diese rote Linie gebrochen wird im 4-Stunden-Timeframe, werde ich hier eine Lange öffnen, bis zu dem, ja, grünen Bereich. Und das wird, je nachdem, wann er hier drüber kommt, ja, bei etwa 35.100 noch was sein. Natürlich werden viele sagen, ja, da ist er dann wirklich, wie wo. Natürlich, ich sage da aber auch, wir gehen da hoch, ja. Und ich bin immer noch der Meinung, dass wir da hochgehen, auf dieses mindestens 36.100, ja. Nichtsdestotrotz sehe ich hier den Bereich, hier eine schöne kleine Long einzugehen, nur ein kleiner Swing-Long, ja, um hier dann auf dem Weg nach oben schon Profile dann mitzunehmen, ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Trade-Möglichkeit, meiner Meinung nach. Und jetzt seht ihr natürlich schon hier oben einen Ausbruchspunkt, falls er da oben wirklich ausbricht, ja, mit dem Ziel von über 52.000, ja. Ich sagte euch bereits, ja, das mit dem Bearish Butterfly, wo ich jetzt gleich einblende, wo ich aber jetzt am besten mache, dass ihr wisst, von was ich rede. So, das hier ist das Bearish Butterfly. Das habe ich schon seit, ich glaube, Sonntag oder vorm Sonntag schon drin. Und ich sagte euch dann auch bereits, dass wir folgende FIP-Level anfahren könnten. Die blende ich jetzt ein. So, das sind die FIP-Level, ja. Und hier, ja, die signifikanten Punkte bei einem Bearish Butterfly ist das 0382er und das 0786er, ja. In, ja, in manchen Fällen, nicht oft, aber in manchen Fällen ist es so, dass ihr auch hier über das 1er Fibonacci, also drunter eine richtige, das wäre dann ein richtiger Bärenmarkt, ja. Also, das wäre dann nicht nur eine Korrektur, das wäre ein richtig böser Bärenmarkt, dass ihr hier das 1, 2, 7, 2er oder sogar das 1, 6, 1, 8er Fibonacci anfahren könnt. Und jetzt seht ihr ja, wo die sitzen, ja. Ich sage nicht, dass das passiert, ja. Aber es sind die möglichen FIP-Level von diesem Bearish Butterfly. Aber, jetzt kommt das Aber. Jetzt, natürlich kann ich keinen Zeitrahmen vorgeben. Und viele sagen, ja, wo bleiben die 20.000, wo du gesagt hast, hier, das wäre das 0382er in etwa. Leute, ich kann euch nicht sagen, wann es runtergeht, ja. Also, ich habe keine Kristallkugel, wo es sagt, ab morgen geht es jetzt auf 20k runter. Das habe ich nicht. Ich kann euch nur die Richtung sagen, was ich denke nach meiner Analyse her, von meiner Analyse her, ja. So, aber ich sage da auch, sollte diese hier, diese Formation hier, dieser Kanal, dieser Weise, wo ich euch gezeigt habe, ja, beziehungsweise das Descent Triangle den Triangle bullisch auslösen, ja. Also, bullisch aufgelöst werden, das Ganze. Sehe ich hier, das sagte ich auch, die Möglichkeit, dass wir hier den Punkt D nochmal in der Nähe antesten. Kann direkt da oben sein, kann ein bisschen drunter sein, ja. Aber dieser Bereich um die 50.000 kann nochmal angefahren werden, ja. Und das sagte ich auch schon die ganze Zeit. Und ich habe auch ein Beispiel dafür, warum das bei Kryptowährung, das sagte ich auch in den letzten Videos, auch gern nochmal ein Retest des Punkt Ds gemacht wird. Ich zeige es euch. Das ist genau heute passiert. Und ich habe da gerade mit einem anderen User auch geschrieben, bevor das Ganze ausgelöst wurde. Und es ist wirklich so gekommen. Aber es war kein Bearish Butterfly, das war ein Bearish Shark, ja. Und dazu kommen wir jetzt. Dazu blende ich mal das Pattern ein. Wie auch... Hey, lassen wir es erstmal so. Zoomen wir mal dran. So. Das ist ein Bearish Shark. Und das Bearish Shark ist ein blödes, sorry, verschissenes Drecksding, ja. Denn das sind die bösesten Tiere. Die bösesten harmonischen Patterns, die ich kenne. Denn die können wirklich... Deswegen mache ich die Fibonacci jetzt nochmal kurz rein. Hier runter das 1, 6, 1, 8er, 1, 7, 8, 6er oder das 2er Fibonacci da unten hier antesten, ja. Das wäre ein kurzes Übersel, ja. Dafür sind die Sharks bekannt. Ihr seht auch schon, hier oben war Punkt D. Und jetzt kommt das, was ich mit dem großen Bearish Butterfly meine, im Weekly, wo wir eben gesehen hatten vorher. Er ist kurz runter, hat das 0,382er angetopst hier, ja. Und ist hoch, ja. Und hat nochmal, gut, hier ist der Wig leicht drüber über diesen D, aber das macht nichts. Das war nur ein Mini-Wig. Aber, was ich da sagen möchte, ja, damit. Es kann wirklich sein, dass er nochmal das Punkt D antestet. Und das wäre noch kein Bruch des Bearish Trends, wo er meiner Meinung nach eingesetzt hat, ja. Auch wenn wir jetzt lange konsolidieren im Moment. Es ist also möglich, dass wir im Weekly nochmal das All-Time-High antesten. Oder die 50.000 irgendwo in der Entgegen. Und dafür sind, nach meiner Erfahrung her, ihr seht es auch hier wieder, es sind die Kryptowährungen dafür bekannt, dass die sowas gerne machen, ja. Dass das Ganze erstmal schön leicht bearish aufgelöst wird, dann geht er nochmal hoch, testet es an. Es ist nicht immer ein Punkt D direkt. Manchmal, oft ist es auch ein bisschen leicht runter, aber er geht nochmal oben in die Zone rein. Bevor es dann, wie ihr seht, schöner Abverkauf gibt. Im Moment wurde er vom 0886er gestoppt, das Ganze, ja. Er kann theoretisch wirklich da unten in diesen Bereich nochmal reinkommen, ja. Bevor es dann weiter hoch geht, ja. Aber das Pattern, das Shark-Pattern wurde perfekt, aber wirklich perfekt aufgelöst, ja. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie ich das mit dem Retest meine. Und heute, wie gesagt, das war echt geil, dass sie das heute gemacht haben und dass ich euch das natürlich zeigen kann. So, jetzt habt ihr von mir eine Trade-Möglichkeit bekommen. Wir haben fette Gewinne gemacht mit dem letzten Trade, ja. Ich habe euch nochmal das Bearish Butterfly erklärt, jetzt anhand des Bearish Sharks, jetzt in einem Stunden-Timeframe. Und ich denke, so kann ich euch ins Wochenende entlassen, ja. Bleibt sauber und profitabel. Traded profitabel. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Vielleicht, je nachdem, was passiert, hören wir uns morgen. Wenn nicht, wie gesagt, beim nächsten Mal, wenn etwas mehr passiert, Sonntag oder vielleicht dann Montag. Ich wünsche euch was. Euer Krypto-Denis von der Bull vs. Bears Academy. Ciao.